und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft Gaming mit dem MS Universe, hey. Hallöchen, ich habe nix mehr von uns gehört. Ja, ich habe schon, ich habe irgendwie eine Zeit lang keine Lust mehr gehabt auf Let's Plays und dann hat der MS Universe auch gesagt, machen wir erstmal eine Pause. Außerdem war ja Diablo 3 Season am Start und da haben wir auch aktiv gespielt gehabt und dann ging halt alles so in den Zeitlauf rum, dass wir halt nix mehr machen konnten oder keine Lust mehr hatten. So, ich bin jetzt auch mit der Cam am Start. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe, dass wir einfach mal jetzt hier weitermachen. Oder MS Universe? Ja. Ja, wir probieren jetzt einfach, dass wir erstmal diese Steine hier alle wegmachen. Boah, das ist aber ja auch sehr dunkel. Ich habe, glaube ich, den Shader noch an. Hast du den Shader an oder hast du ihn aus? Hast du keinen Shader mehr? Nein. Nein. Ich muss jetzt durch das neue Rechner probieren, ob es im Shader funktioniert oder nicht. Achso, okay. Ja, ich kann dir das dann später zeigen oder wir installieren das zusammen. Das ist alles kein Problem. Ich weiß, dass es kein Problem ist. Ich weiß, dass es kein Problem ist. Ich habe das schon nochmal gemacht. Ich muss wahrscheinlich nur das alles wieder runterladen. Weil ich habe mir jetzt quasi einen anderen Rechner zugelegt. Das ist ein anderes Wasserbord, wo ich es meinem guten Freund geschenkt bekommen habe. Aber ich habe es jetzt bei mir eingebaut. Natürlich muss ich alles verraten. So, ich hoffe auch, dass du mit deinem Sound klarkommst bei Skype. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie deine Soundspur ist. Das müssen wir dann in der ersten Folge anschauen natürlich. Und dann kann ich das natürlich wieder anpassen. Ja, das ist immer schon irgendwie. Es ist hier so dunkel. Ich sehe einfach mit dem Shader gar nichts. Ich mache mir den Shader hier aus. Das ist echt doof halt. Ja, hier sehe ich besser. Sorry Leute, aber mit Shader, da siehst du gar nichts. Brauchsteine, 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 Brauchsteine. Außerdem haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Probleme gehabt, weil Mass Universe musste erstmal schauen, wegen Server und alles. Wir sind irgendwie in der Welt gespawnt und hatten nichts, keine Sachen, nur unsere Namen und waren auch nicht Operator gewesen. Und dann hat er Mass Universe geschaut gehabt und dann was war das Problem? Irgendetwas? Ja, irgendeine Serverdatei war fehlerhaft. Aber zum Glück habe ich ja zwei Server und da habe ich es reparieren können. Ja, Survived haben wir auch getestet gehabt. Geht auch wieder. Also wir werden in den Start kommen und auch wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass ich mit Cam einigermaßen standhaft bleibe. Ich weiß es noch nicht genau. Oh Gott, wir haben hier ganz viele Steine und alles drin in den Drohnen. Mal gucken. Ähm, wir machen alles hier rein. Ja, ist genug Platz. Close Zone müssen wir auch farben gehen, ne? Da war ja irgendwas gewesen, ne? Alter, Mann. So, zack, 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 zack. So, dann hauen wir mal alles hier weg. Und wer von uns beiden geht Close Zone farmen? Du oder ich? Hab Angst. Also muss ich farmen gehen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du Farmer, ich bau. War das nicht immer andersrum? War das nicht immer andersrum? War das nicht immer andersrum, dass ich gebaut habe und du hast dann irgendwie andere Sachen gemacht? Ich tue gern sonst dein Farmer. Ich habe kein Problem damit. Ja, okay. Dann, äh, farm halt, was du willst. Apropos, ich gebe die Farmen. Ja, also, wir haben auch ziemlich alles wachsen lassen und es ist auch gar nichts mehr gemacht worden. Der Server war auch die ganze Zeit offline, also. Ich denke, dass da auch nichts gewachsen ist, oder so, also. Ich habe ja auch keine Ahnung. Aber, ja, als ich, ähm, selber geguckt habe, war alles halt, ähm, voll gewesen. Also, war alles fertig gewachsen. Müsste es mal wirklich ernten. Es regnet. Ja, es regnet immer. Es ist halt ein scheiß Server. Es regnet jedes Mal, wenn wir auf den Server kommen. Also, Kartoffeln sind gewachsen. Oh, ich schlag ja schon die Wand ab. Äh, warte mal. Wir müssen doch eine Reihe mehr abschlagen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, müssen wir. Guck dir auch mal. Guck dir hier, wo der Sandsteig ist, ganz schön. Ja, aber da ist gerade eben Kies runtergefallen, oder? Aber ich sehe hier oben nichts. Das ist scheiß, äh, hier unten meine ich. Scheiße, ich habe auch nicht mal Fackeln dabei. Mies. Ja, DG. Nicht DG, das ist nicht gut. Keine Fackeln? Ah, ne, ich habe keine Fackeln. Mhm, mhm, mhm. Nur 12 habe ich. Zudem ist meine Spielzeuge auch fast kaputt. Ich muss die mal wieder reparieren gehen. Aber wir müssen aber noch Diamante haben. Mh, müssten wir auch irgendwann mal wieder farmen gehen dann. Das heißt, eine Dungeon-Tour machen und dann mal gucken. Mal ein bisschen Werkzeug mitnehmen, Fackeln, und dann gehen wir zusammen irgendwo in den Dungeon rein und gucken einfach. Oder deine Taktik ist ja die, einfach runter bauen und so suchen. Ne? Ja. So. Ich hoffe, dass die, das war die Arena, wo wir bauen wollten, ne? Diese große Kolosseums-Arena. Oder? Ja. Äh, Bruchstein, alles wieder weg. Ach. Wir werden mit sehr, sehr, sehr viel Bruchstein arbeiten müssen. Wir haben schon was, weiß ich, wie viele Stacks am Bruchstein. Ja. Äh, Bruchstein kann man abbrechen zum normalen Stein. Und dann brauchen wir einen Arschluch-Kohle. Das wäre ja super, wenn das Bruchstein durch, äh, in Kohle verwandeln würde, dann hätte man viel mehr. Oder man könnte dadurch wieder Kohleblöcke anbauen und so und dann wieder abbauen und dann kriegt man halt Erfahrungspunkte oder was weiß ich, ey. Ne. Ist einfach alles, äh, bisschen kompliziert gemacht. So. Okay, meine Spielzeit ist gleich wirklich kaputt. Ja. Da ist Effizienz 2 drauf. Nicht fair. So, I missed the universe. Wie viele Erfahrungspunkte hast du noch? Oder ich schau mal. Drei. Ah, Mist, 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 Mist. Ich muss die weglegen. Ich muss Eisenspitzhacken machen, wahrscheinlich. Hm. Mein Diamonspitzhack ist aber kaputt. Das ist, das ist ein bisschen doof. Ja, also bei mir, was war bei mir drauf? Äh, seh ich gar nicht, seh ich gar nicht, was bei mir drauf ist? Ähm. Wir haben auch nicht mal Eisen unten, also. Toll. Eiser. Eiser. Habe ich da, ich bring da runter, 250 Stück habe ich da oben noch drin im Lager. Ja, ich mach jetzt lieber Eisen Spitzhacken da, also. Was hast du da drin? Ah ja. Dass ich hier, ähm, mit Eisen arbeite und nicht mehr mit der Diamantspitzhacken. Das ist, ich will die nicht verlieren. Ich mein, das ist Effizienz 2. Ja. Ja. Ich will da, wo ich noch Diamante habe. Haben wir da oben im Lager kein Diamant mehr? Nee. Oh. Aber das ist ein scheiß Grieber. Äh, ein scheiß Tom, wie wir uns auch nicht gebaut. Ja, ich stehe, ja du bist ja auch draußen so. Oh Gott. Weg mit dem, weg mit dem. Oh Gott. Ist er dort? Ja. Ja. So. Ich mach mal im Lager. Da ist kein Diamant mehr drin. Das ist ein bisschen kritisch. Da ist auch kein Diamant drin. Da ist kein Diamant drin. Und da auch nicht. Diamant ist da oben mal gar nichts mehr. Das ist ein bisschen kritisch. Da war nichts. Unten vielleicht? Ähm. Unerkannt, wie viele Diamanten drin liegen. Was ist das doch unten gelagert gehabt, oder? Hm. Nee, doch hier 5 Diamanten haben wir hier unten noch. Nur noch 5 Diamanten, ja. Nur noch? Erfahrungskosten 7. Oh nein. Unser Amboss ist kaputt gegangen. Scheiße. Haben wir noch viel Eisen für den neuen Amboss? Ich hab noch 52 Eisen. Ähm. Dann. Das ist, ja. Mach mal einen neuen Amboss am besten. Der war ja mit 3 Eisenblöcken oben und unten glaube ich 3 Eisenbachen oder so in dem Dreh. Ich hab keine Ahnung. Aber meine Diamantspitzhacke ist auf jeden Fall komplett repariert. Hat mir 4 Diamanten gekostet, aber es muss sein. Ich darf die nicht verlieren. Ich darf die nicht verlieren. Ohne diese Diamantspitzhacke geht gar nichts. Ah. Da müsste ich jetzt hier entlang. Zack. So. Wir können ja auch mal, wenn wir Lust und wirklich viel Lust haben. in der Season von Diablo 3 können wir auch mal so spontan Aufnahmen machen. Und Lust und Laune mal auch spielen. Ich meine wir spielen ja aktiv Season als immer wenn Season rauskommt. Und dann können wir auch direkt eine Aufnahme starten. Das wäre auch was Gutes. Oder MS Universe? Ja. So. Der Amboss ist repariert. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ich schaue auch ab und zu mal nach rechts damit ich sehe wie viel ich aufnehme. Weil. Wir haben ja als immer 20 Minuten Folgen. wo wir dann äh. Also wir haben ja nur noch 31 Eise jetzt. Ja okay. Das ist gut. Aber nur einen einzigen Diamanten. Ja. Ja ich habe nur einer Diamantspitzhacke Effizienz 2. Beschädigt. Ich habe eine mit Effizienz 2 auch. Warte. Gib mir mal die Beschädigte. Ist die komplett kaputt oder was? Nee. Die ist braun. Die ist noch nicht rot. Jetzt legst du mal da in die Truhe rein. In die. Genau hier bei der Ofer. Ich kann da draußen Effizienz 3 machen. So eine Effizienz 3 Spitzhacke ist doch was tolles. Mal gucken was das kostet. An Erfahrungspunkte. Ne ich mach mal die vollen. Dahin. 27 Erfahrungspunkte. Boah. Das hast du Effizienz 3 zu machen. Ja. Das ist ein bisschen teuer. Oh. Ich glaube eher das liegt daran weil. Jede Menge Kohle abbaue oder. Warte mal. Ne ich glaube das liegt daran weil die Effizienz 2. Die eine ist total beschädigt deswegen. So viele Erfahrungspunkte. Mhm. Ich denke das es eher so an die 20 kostet. Oder 22. Sowas im Dreh halt. Aber es ist normal es ist eine Diamantspitzhacke. Und wenn du da Effizienz drauf haben willst dann kostet es halt mal ein bisschen viel. Müsste man halt in den Netat gehen und ein bisschen von diesem Erz abfahren. Dass man da ein bisschen schneller Erfahrungspunkte bekommt. Aber ich habe so pure Angst in den Netat reinzugehen. Das ist wirklich. Dann kannst du alleine reinlaufen. Äh. Neum ist was so. Ich weiß dass wir da rein müssen. Weil all die Weile mehr brauchen ja das äh. Aber bevor wir da rein gehen dann äh. Tue ich wirklich alles lagern. Ich habe keinen bock alles zu verlieren. Äh. 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 Aber keine äh. Doch Eisenschwert ne reicht ja eigentlich. Die Rüstung. Und. Spitzhaken halt ein paar. Wir müssen auch ein bisschen Essen mitnehmen. Aber Essen haben wir ja eigentlich genug. Müssten wir genug haben. Ja. Äh. Ich könnte mir ja Brotkartoffel machen. Und auch ein bisschen was an Brot. Wir haben ja eigentlich so viel Weizen. Machen wir genug. Machen wir genug Grumbere. Ja. Ja. Das ist. Auch. Akzeptabel. So. So. Aber ich würde sagen wir beenden die Folge oder? Weil ich habe jetzt hier schon 16 Minuten. Jo. Und. Und. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Survived. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen Leute. Und. Ich würde sagen. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.